So, da bin ich. Ich habe auch auf euch gewartet. Gehen wir mal rein. Endspurt! Schau! Es ist die Licht an dem Ende des Tunnels. Du bist so nah. Ich bin so nah. Die gehen nie gut aus. Die gehen nie gut aus. All your efforts were a complete waste of time. Everything ends just as I planned. Frankly, you and Anna will be my best exhibits. My other guests gave up very quickly and cried for mercy. They just rushed through the house. But you, you kept going for it. You tried to find out more about me. I watched as you were reading cuttings from my diary. Anyway, you played too long, Sam. You don't know something about it, but it's not true. There is no truth in anything that happened here. Except one. I really love and respect my art. Very soon, you with Anna will reunite and will become my best exhibits. For the very first time, you will make a composition of more than one person. You both are a real authentication of love, perseverance and force of character. And for all that, I will reward you with the greatest gift. The gift of immortality. I perfectly understand that you were terrified, but don't worry. You are dead. Oh, the only thing I want to add is... Okay. Sam, wait, 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 I'll get you out right now. That's not true, right? You need to find your phone and call the police. And then get out of here quickly. Okay, she's got it, she's got it, she's got it, she's got it. Was that? I'm very excited. Come on, go, 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 go. Yeah! As if I knew it. I knew it. Mm, 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 mm. Behind me is Goldvale Manor, one of Wilshire's oldest estates. Recordings found here show that a man, known only as Oscar, lived here and was responsible for the recent abductions of young people. The embalmed bodies of the victims have been found inside the house. Noted crimejournalist Sam Wild, who was investigating the kidnapping of his girlfriend Anna Reed, made the call to police. Anna is now safe with him. The police investigation is ongoing and no other details are available. A reliable source says that Sam Wild and Anna Reed managed to overcome this Oscar and escape Goldvale. Police were unable to find the murderer, despite a thorough search, and the administration has issued a bolo to all area agencies. Law enforcement authorities have asked citizens to remain calm, but to be cautious and aware of the police investigation, until the criminal is caught. Mm, fertig. Zwei Wochen später. Noch nicht fertig. Lass mich raten, sie finden ihn selbst als Kunstwerke. Zwei Wochen später. ja noch ein blitz oder was oder wie und fertig so das war es drei monate später machen wir einfach weiter als wir nichts gewesen oder hello sam good to hear you again how are you better already yep something like that great i've got a job right up your alley go on one of my informants just told me that a murder was committed in the abandoned amusement park at the edge of welshire no details yet but that's why i have you you need to get there before the cops and figure out everything you can our subscriptions are down lately and we need a bomb can you get it for me okay i'll do it you're the best sam hurry up the only thing i wanted to add is for the first time in my life i have doubts that's what i was saying during our last meeting welcome again you unknowingly swallowed my bait now it's just us you and me alone surrounded by a loaded 20.000 volt fence so here you stay goldschläger er sagt sie haben auch eine stütze das ding wird in den kopf nehmen wir doch nicht was ist da drin wissen wir ja auch was fehlt ein holzfragment das ist aber nicht das was das fehlt ok das ist das ist nicht da gut 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 nein 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 und das da ok jetzt haben wir noch mal wieder da naja der sein Dann gehts weiter. Ein Bommelbild. Jojo. Naja, das aufgezeichnete Karte? Nein. Erstmal ein bisschen rumklicken, das bringt immer ein bisschen was. Ja, da haben wir es. Das teilen wir auch so. Oh, die Schlöffel. Ja, die sehen wir immer so. Ja, das ist ja ein Ballon. Was ist das? Das war das Jojo. Was ist das für Gericht? Schiffssteuerrat sollte man auch sehen. Ist die Schleuder vergewandt? Da wäre ein Pfeil, aber Pfeil will ja keiner. Kurvenschablone. Das ist ein Bommelrad, mein Schatz. Ah, das ist ja immer schön. Ich bin jetzt gerade schon erschrocken. Wer hat das die Kurvenschablone gesehen? Ach, was ist da noch drin? Ah, da muss die über die Farbe rein, oder? Okay, da muss auch noch eine rote Flüssigkeit, wenn ich die Farben wirklich im Kopf habe. Und die gezeichnete Karte. So. Egal, Ballon. Ein Lufthalon. Einen Lufthalon. So. Bilderrahmen? Nein. Bilderrahmen. Bäcker sollte ich doch auch sehen, oder? Eine gezeichnete Karte geht mir jetzt schon auf den Sech. Weil ich weiß nicht, was er will. Wow, der Regen. Der ist ja wohl auch belzt und besetzt. Na? Bäcker. Oh, die Kurvenschablone. Ich habe keine Ahnung, Kurvenschablone. Ach, warte. Da brauche ich auch einen Stift, oder was? Na. Na. Gut. Aber wo ist der Stift? Und was ist eine Kurvenschablone? Ah, da ist der Stift. Und gleich noch die Karte. So. Wecker, Bilderrahmen und Kurvenschablone. Ja. Wecker. Ja. Das ist sehr wimmlig, das Spiel. Ich kann ja. Wecker. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, aber egal. die Kurvenschablone. Das ist eine Waage. Das ist eine Waage. Wecker sollte man doch sehen. Ah. Ich habe den nächsten Termin beim Augenarzt. Das Problem ist, dass ich mich hier unter einer Kurvenschablone nicht viel vorstellen kann. Aber Gacker ist schon relativ eindeutig. Aber Gacker ist schon relativ eindeutig. Alarm. Klock. Vielleicht eine digitale. Das finde ich falsch. Ach, jetzt. Muss ich? Echt? Aber ich muss das ja eh da machen. Äh. Die Kurvenschablone. Ich sage nicht, dass das eine Kurvenschablone ist. Die habe ich doch eben schon gesehen. Und dann sehe ich jetzt auch wieder. So einfach ist das. Und das Gewehr. Gut. Ein Getrieberad. So, so. Oh, warte was. So. So. Meine Kurvenschutz, das sei ja gesagt. Das da ist auch. Wie vieles. Da war's, ne? Genau. Das da schaffe ich, glaube ich, mit der Zange. Nein. Und auch nicht mit dem Wollschläger. Aber hier können wir das Gewehr reinmachen. So. Das da schaffe ich, glaube ich, mit der Zange. Was haben wir da? Ein Bild, das sind Bildkarten. Echt? Ne. Ne. Noch mal zurück. Hier brauchen wir eine Karte. Oh. Mini-Spiel. Komm schon. Schießen hoch. Da sind wir. Was haben wir da? Ah. Ich habe keine Münzen. Hätte ja sein können. So. Das Paracel hat hier ein DINER-Luss. Ja. Das ist ja nicht so viel an dem Wollen. Ach, da. Ja, das kann ich nicht mehr. Ach, das sind die Bildkarten. Was soll das sein? Hm? Was ist das Baby? Okay. Vielleicht das hier. Okay. Was für zum Dingens? Der wird dann groß oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich, äh, ähm, 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 ähm. Äh, ja. Ah, Zeit. Nee, oder? Der hat dann Geld. Geld? Ach, nee, äh. Äh, Dingensbretter? Äh, mit einem... Was ist das? Ähm. Was das ist, weiß ich nicht. Papier? Nein. Noch mal Zeit? Nein. Aha, 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 ja. Das ist ein Wagen. Der Wagen. Ja, auf zu husten. Wart. Dann hat man eine Kutsche. Dafür brauchen wir vier. Okay. Mhm, 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 mhm. Nein. Könnt ja sein. Nein. Nein. Die Musik wird's nicht sein. Bis dann weiß ich nicht, was es ist. Das haben wir schon. Ähm. Ähm. Versteh ich nicht. So, und das wird dann das, was ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Super. So. Schaffen wir das Bundeskarte denn? Hm, das geht nicht. Ja, dann. Achso, die Zahlen. Och, bitte. Riegelgriff. Ich hab kein Ticket. So. Okay. So. Hat ja sein können. Die Dino-Golf. Die Dino-Golf. Ist das wahr? Danke. Es fehlt aber auch immer etwas. Es ist zu fest. Verkampfen. Keine Ahnung. Die Dino-Golf-Spiegel. Aha. Das geht, aber ich hab... Ach doch, ich hab... Danke. Schalterhebel. Schalterhebel. Na, nö. Geht's weiter? Nein. Wir gehen davon mal sicher, weil eben haben wir das ja schon planiert. Da hab ich definitiv die Stuhlschliste? Da den Schalterhebel. Nein. Nein. Was gibt es denn noch? Da waren wir. Das nicht, aber da war ja noch was. Ja, nochmal hier. Das geht nicht. Ach, da geht es ja noch nicht schon wieder dieser Fehler. Das denke ich auch. Ja, ok. Ohne ein Abstandsstück kann ich das nicht öffnen. Was ist ein Abstandsstück? Ist das hier ein Abstandsstück? Nein, das ist nicht. Ja. Nicht mit einem Golfschläger. Ähm, Getrieberad war... Getrieberad war... Das wird ein bisschen knapp. Mhm. Ja. Ja. Ich schlafe es mir. Mhm. Isolierter Hebelgriff. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm. Ne, das ist das Falsche. Wann das... War denn das? Ne. Dann war es doch das. Jetzt muss ja da nichts sein. Da. Nein. Ja. Ja. Nein. Das wäre ja irgendwas mit Strom. Hm. Hier ist... Äh. Nein. Ja. Ach. Einfach nochmal das da. Nein. Ach, da waren zwei sehenswerte Sachen. Das und das. Das bringt aber nichts. Ne, Moment. Da wohin. Dino-Golf. Äh. Hier. Zwei. Dinger, die nicht gehen. Ja. Unmöglich. Und das geht auch nicht. Und da geht auch nichts. Der Unterwassertunnel. Macht ja auch nix. Und hier. Ach. Ah, das ist der... Der Bulli-Haken. Der war... ...da. Oh, you just laugh, muck and sweat. I reach and go. Ah, so. Okay. Das ist gut. Anker. Ich dachte, das wäre es jetzt. Jetzt müssen wir noch eine Folge dranhängen. Das ist kein Anker, das weiß ich. Milchflasche. Ja, Gefäß mit Wasser. Dann nehmen wir das Gefäß. Das Gefäß. Oder ist die Flasche? Was ist die Milchflasche? Ja, wo ist denn das Gefäß? Weil wir Wasser reinkriegen, wissen wir. Der Anker. Den Anker müssten wir sehen. Okay. Spielzeugroboter ist doch da gar keiner. Ähm. Bist du Jogi? Na gut. Koffer? Koffer. Koffer. Das ist was Großes da. Der Fleischwolf ist eigentlich auch jetzt nicht klein. Und gehört hier auch gar nicht hin. Das... Ne, das sieht nur ein bisschen aus wie ein Fleischwolf. Nein, das ist nicht das Gefäß mit Wasser. Oder? Ähm. So. So, nochmal. Beste. Beste. Weil ich den Fleischwolf nicht sehe. Was ist das denn? Kleiner Fleischwolf? Welche? Das ist die Spinne. Gut. Das ist der Staubredel. Zähne wie ein Wolf. Mal Fleischwolf. Ist das anderes? So, da haben wir die Teile von dem Vorbettel. Dann füllt nochmal der Fleischwolf. Der Anker. Den habe ich jetzt. Und das ist der Fleischwolf. So. Und das Gefäß mit Wasser. Das ist Glas. Aber wo ist denn das andere? Ich meine... Hallo? Ernsthaft? Jetzt den Schraubenschützel. Ja. Ja. Eher nicht. Der ist ja gut. Das ist ein Abstand. Ich weiß nicht, was ein Abstandsstück ist. Ich werde es wahrscheinlich fühlen als ein Abstandsstück. Hier? Hm. Wenn ich wüsste, was da gemeint ist. Ne. Ja ja. Ja. So. Lass mal schauen. Das könnte ich. Ja. Ach, das meinte der. Hm. Super. Ach. Das ist schon gut. Ach, wenn wir auch so wüssten. Oh, andere Augen. Mhm, nein. Ich wusste, dass es das ist. Oh, das sind alle. Für die freien Aussprachen so, dass die Abbildungen auf den vier Fragmenten zusammen jeweils die ganz links abbildet. Äh, was? Ach, jetzt verstehe ich ja. Ja, da fehlt das und da fehlt das. Oder? Ja. Ja. Okay. Nein. Warum nicht? Das, das, das. Ja. So, hier fehlt. Das. Ja, ja. Und, ähm, das. Ach, die sind unterschiedlich, oder? Die sind alle gleich. Mhm. Mhm. Ja, wo ist denn der hier? Da und da hin? Äh, 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 äh. Aber die sind doch alle gleich. Ach, ich verstehe. nach unten so, das ist das dann kommt das da hin und das da was fehlt dann noch nein, nein, nein nee, wir lösen das ja ich weiß nicht aber mir gerade egal da geht noch rein da fehlt eine aussparing ein Messer so, für was brauchen wir hier ein Messer dafür nein das ist der Wolf bei müssen wir zum Dinowolf äh, war das hier? nein war das da ja 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 ich weiß nicht, wir fahren zur Achterbahn und hau nicht wieder ja ja, ja, wusste, wusste, wusste wusste es geht schnell voran vielleicht merken wir ein bisschen ne aber wir müssen jetzt erstmal wusste, müssen wir da rein da ist der Ticketschalter da ist der Ticketschalter na ok und jetzt ja das ist sehr interessant aber sonst ist dann nichts interessant Kurbelgriff, der ist aber nicht dafür ok der Zahlencode ist klar oder ist? das haben wir noch nicht also sieht es ganz so aus als äh, heute noch eine Folge und die kommt jetzt gleich